Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie man sich die Berechnung der arithmetischen Reihe herleiten und merken kann, so dass man nachher keine Formeln mehr sich merken muss. Dazu habe ich mal hier diese Formeln geschrieben und die sagt eigentlich nichts anderes als 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 bis plus 100. So, wenn wir das jetzt ausrechnen wollen, dann können wir natürlich sagen, okay, 1 plus 2 ist 3, 3 plus 3 ist... Aber wir können das auch klüger machen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu machen, aber um den allgemeinen Fall für die arithmetische Reihe sich zu merken, ist es sinnvoll, das so zu machen. Ich zeige das jetzt. Ich male mir da immer so ein Balkendiagramm, so merke ich mir das. Wenn wir jetzt die 1 haben, dann schreibe ich mir hier so ein Ding hin, was 1 groß ist. Und dann rechnen wir da 2 drauf und dann male ich mir, das ist ein bisschen schief geworden, male ich mir noch eins dazu, was 2 groß ist. Und dann, weil wir auch noch eine 3 haben, male ich mir eins dazu, was 3 groß ist. Und dann male ich mir auch noch eins dazu, was 4 groß ist. So, und das geht natürlich dann bis 100 weiter. Ich wollte es jetzt nicht so in die Enge treiben. Der kluge Trick besteht dabei einfach, dass ich sage, ich male genau dasselbe noch einmal, drehe es um und setze es oben drauf. Das sieht dann so aus. So, ein bisschen Schäpp, aber man kann es erkennen. Das können wir auch mal wegmachen hier. Und wenn man sich die Reihe jetzt so vorstellt, dann ist die Sache eigentlich schon viel einfacher, weil dann ist dieser Balken hier, wenn ich das als Balken sehe, genauso groß wie dieser hier. Weil die gleichen sich ja immer aus, weil die werden ja auf der einen Seite immer länger und auf der anderen Seite immer kürzer. Dieses Prinzip kennt man auch schon und das wurde einem nie gesagt, finde ich, dass das so unglaublich wichtig ist. Wenn man in der Grundschule oder wo auch immer irgendwo Dreiecke berechnet, dann denkt man sich einfach, was wäre denn, wenn da ein zweites Dreieck noch mit dran wäre. Und dann berechnet man einfach diese Seite mal diese Seite, dann hat man das Viereck und dann sagt man, okay, wir teilen das durch zwei und schwupps habe ich die Fläche meines Dreiecks. Und genau dasselbe machen wir hier auch. Wir sagen, wir berechnen einfach das hier mal das hier und dann teilen wir das Ganze einfach durch diese zwei hier. Und dann haben wir genau auch unser Dreieck berechnet. Weil wir tun nichts anderes, als einfach die Fläche berechnen, indem wir das ganze Zeug hier berechnen. So, wie berechnet man das jetzt? Wir gucken einfach, was ist jetzt hier in unserer Reihe das Erste. Das ist die 1, das haben wir rausgefunden. Und ich habe jetzt nicht alles aufgeschrieben. Ich würde vorschlagen, wir machen das einfach mal bis 5 hier. Und das ist nämlich 5 hoch. Und wenn ich diese 5 auf die 1 drauf stelle, dann habe ich diese Linie hier. Ich mache nochmal sonst richtig. Und dann habe ich genau 6. Eine Linie 6. Noch eine Linie 6. Noch eine Linie 6. Noch eine Linie 6. Noch eine Linie 6. Also insgesamt 5 mal 6. Ich habe 5 so Balken. Und dann kann ich sagen, okay, das ist 30. Und wir müssen ja wieder teilen durch 2. Dann wird ich 2. Und das gibt dann 15. So, jetzt mal abgesehen von den ganzen Zahlen, die hier drauf stehen. Was wir rausgefunden haben ist, wir müssen einfach nur multiplizieren mit der Anzahl der Balken, die es insgesamt gibt. Genauso wie man beim Dreieck die eine Seite nehmen muss. Und ansonsten müssen wir das erste Element nehmen und das letzte Element nehmen. In dem Fall war es jetzt 5. Die addieren wir und dann haben wir diese Seite. Und das ist auch schon der ganze Trick. Damit hat man alles verstanden, was in irgendeiner Form mit arithmetischen Reihen zu tun hat. Das ist alles, was man wissen muss. So, und dann hier aber noch ein ganz kurzer Nachtrag. Naja, ganz kurz mal sehen. Jetzt ist es aber in arithmetischen Reihen so, dass man meistens eine größere Steigung hat. Nicht nur plus 1, sondern irgendwie sowas plus 3 oder sowas. Und dann würde das ganze Ding so aussehen. Was macht man denn dann? Und der Trick ist, es ist genau dasselbe einfach. Weil sie steigen ja trotzdem alle im gleichen Maße. Und deswegen gleicht sich das alles hier wieder aus. So, und dann hat man genauso, wenn wir es jetzt noch mit Abschluss machen, hat man genauso wieder seinen Viereck. Und man berechnet genauso wieder die Seite mal die Seite. Also es ist voll unwichtig, wie groß diese Stufe ist. Die ist dafür wichtig, wenn ich jetzt ausrechnen will, was dieses Teil hier groß ist. Und dann ist wichtig, wie groß die Stufe ist. Aber auch das kann man sich hier mal in so einem Bildchen ganz gut darstellen. Weil auch hier sieht man ja, ich habe hier einmal diesen Schritt. Und ich habe den Schritt einmal hier. Und ich habe den Schritt einmal hier. Das heißt, wenn ich vier Balken habe, wenn ich vier Balken habe wie hier, dann habe ich dreimal die Schritte nach oben. Das heißt, dieses Teil hier ist einfach so groß wie dreimal der Schritt. Ich weiß nicht, ich mache jetzt einfach mal so der Schritt rein. Das sieht aus wie eine Klammer. Dann haben wir dreimal den Schritt. Und wir müssen natürlich einmal noch hier dieses kleine Pupselding dazu verdienen. Also ich sage mal, im mathematischen Fachjargon nennt man das dann A1. Ein bisschen verkrüppelt das A. Ja, und das ist die ganze Marquee. Vielen Dank fürs Gucken. Vielen Dank.